VR-Spiele für die HTC Vive gibt es en masse. Echte AAA-Spiele sind allerdings noch Mangelware mit einer Ausnahme und zwar Minecraft VR, also die VR-Variante von Minecraft. Da hat ein Bastler die Oculus Rift-Variante genommen und sie für HTC Vive aufbereitet. Schauen wir uns doch einfach mal diese Variante an von Minecraft. Zunächst haben wir natürlich das gesamte alles, was man für HTC Vive braucht, aufgebaut. Ich habe hier auch alles schon einsatzbereit fertig. Wie man alles aufbaut für HTC Vive, das entnehmt ihr diesem Clip, weil da erklärt euch der Fritz alles nochmal haargenau. Auch welche technischen Mittel wir hier einsetzen, also zum Beispiel welchen Komplett-PC wir hier haben und worauf man sonst noch bei der Einrichtung von HTC Vive achten muss. Aber genug geschnackt, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Ich habe schon eine Welt kreiert in Minecraft im Überlebensmodus und da legen wir auch gleich los, bevor es dunkel wird, weil bekanntlich im Überlebensmodus muss man sich so schnell wie möglich eine Behausung bauen. Und ich schaue mich um, ah, eine schöne grüne Wiese habe ich hier. Ich sehe Bäume in der Ferne, ein paar Schweine, ah, Pflanzenblumen. Generell zur Steuerung mit der rechten Hand, das sieht man hier, da habe ich immer mein Werkzeug in der Hand, mein aktuelles Werkzeug. Momentan halte ich ja nichts in der Hand, deswegen sehe ich nur meine Hand. Und links habe ich so eine Art Tuschekasten oder Malkasten und hier kann ich dann mein Werkzeug auswählen oder die Blöcke, die ich bauen möchte. Wie bewege ich mich in dieser Welt? Indem ich mich teleportiere. Und zwar halte ich in der linken Hand den Trigger fest, sage, wohin ich mich springen möchte und wenn ich loslasse, kann ich mich dahin teleportieren. Und so kann man sich ziemlich schnell in der Welt hin und her bewegen. Ups, hier stehe ich mitten in einem Strauch. Es gibt noch die Möglichkeit, sich auch ganz normal zu gehen in dieser Welt, allerdings ist da immer das Stichwort Motion Sickness, deswegen ist das nicht standardmäßig aktiviert und zur Sicherheit, ich weiß nicht, ob man das gerade merkt, wenn das Bild so ein bisschen wackelt, wird einem schon auch ein bisschen schummrig. So, was macht man als erstes in der Minecraft-Welt? Man hackt Bäume, deswegen gehe ich jetzt mal in Richtung Wald, teleportiere mich jetzt mal ins Wasser. Jetzt wird es dunkel, jetzt bewege ich mich ein bisschen weiter vor. So, hier stehe ich auch schon vor dem ersten Baum. Ich kann den einfach hacken, indem ich hier mit dem rechten Trigger draufklicke und dann ist das die bequemste. Wenn ich ein Werkzeug in der Hand habe, das ist jetzt kein Werkzeug, sondern einfach nur ein Holzstamm, kann ich auch draufschlagen und dann kann ich ebenso den Baum einsammeln. Das ist natürlich mit so einem Werkzeug, das sich dafür gedacht hat, ziemlich schwierig. Deswegen mache ich das jetzt mal weiter mit dem Trigger. Wenn ich aber später eine Säge habe oder eine Holzhacke oder ein anderes Werkzeug, dann geht das natürlich auch schneller. Ich brauche jetzt aber noch mal mehr Holz. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. So, das sollte fürs Erste reichen. Jetzt habe ich fünfmal Holz gesammelt. Und wie man das kennt von Minecraft, geht es jetzt erst mal ans Kraften, beziehungsweise Handwerk hier. Ich wähle mit der rechten Hand das Eichholz aus und dann erstellt er mir Eichenholzbretter. Da mache ich jetzt mal 20 Stück von und die lege ich mir dann auch gleich alle in meinen Werkzeugkasten, die ich dann hier in der linken Hand habe. Und wenn ich jetzt, ah, wenn ich hier schon eh bin, dann kann ich auch gleich eine Werkzeugbank mal erstellen. Mit vier Brettern erstelle ich eine Werkzeugbank. Die habe ich jetzt, also eine Werkbank. Das sind das, was ich am Anfang brauche. Und im Touchpad rechts, oh, da wurde ich gerade angegriffen, nee, eine Frucht. Und mit dem Touchpad an der rechten Hand wähle ich jetzt erst mal die Werkbank aus. Die halte ich dann hier jetzt in der Hand, positioniere sie mit einem Klick in der rechten Hand auf das Touchpad. Und dann ist sie positioniert. Und jetzt habe ich natürlich neue Handwerkmöglichkeiten. Also ich kann auch kompliziertere Gegenstände, mein erstes Werkzeug etc. erstellen. Und so erstelle ich mir jetzt meine erste Holzspitzhacke. Die positioniere ich mir jetzt mal auch unten in meine Werkzeugleiste. Und dann kann ich sie hier mit der, mit der, mit der, an der linken Hand, mit dem Touchpad aussuchen. Und wenn ich jetzt so eine Holz, äh, so eine Spitzhacke in der Hand habe, dann lässt sich natürlich viel schneller graben. Oh, da ist ja der Fluss hinter mir genau. Aber bewegen wir uns mal ein bisschen fort und schauen wir uns das mal alles an, was man hier so machen kann. Ich kann mich natürlich auch nach oben bewegen. Dazu muss ich jetzt hier natürlich einen Zielpunkt haben. Das ist, das geht da jetzt nicht, aber ich bewege mich hier mal diese Anhöhe und suche jetzt mal einen höheren Punkt. Das dauert eine Zeit lang, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Was natürlich wichtig ist, dass man die Orientierung behält. Wie gesagt, das ist hier jetzt der Überlebensmodus. Und da kann ich mich jetzt auch nicht einfach rumfliegen, sondern hier muss ich mich jetzt an die Gesetze der Physik halten. Das heißt, wenn ich von weit oben mal runter schauen möchte, dann muss ich natürlich erstmal hoch irgendwo aufsteigen. Und jetzt kann ich mir die Landschaft mal anschauen. Eine solche Perspektive hat man ja normalerweise nicht, wenn man in Minecraft selber spielt. Also man ist jetzt mitten in dieser Klötzchenwelt, als würde man in dieser Klötzchenwelt leben, beziehungsweise in diesem Modus eher überleben. Man ist einfach mittendrin statt nur dabei. Und es fühlt sich auch viel natürlicher an, als wenn man es nur mit Maus und Tastatur spielen würde. Und man kriegt auch wirklich ein Gefühl für Höhe, für die Weite. Und ja, man ist einfach mittendrin. Die Grafik ist jetzt natürlich auf Minecraft-Niveau, aber trotzdem ist das alles ziemlich cool. So viel zum Thema jetzt Einzelspieler über Lebensmodus. Jetzt würde es gleich dunkel werden. Ich müsste mir ein kleines Haus bauen, könnte anfangen, hier ein bisschen rumzubauen und alles drum und dran. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns in ein Multiplayer-Spiel zu verbinden. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und wir locken uns jetzt mal in diesen Server ein. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. 33 sind da schon verbunden. Server beitreten, da ist es. So, und das ist jetzt eine Welt, in der auch andere Spieler gerade unterwegs sind und etwas bauen. Oh, da sehe ich auch schon, da ist jemand aktiv hinter mir. Dann gehen wir doch einfach... Und hier ist jetzt zum Beispiel eingestellt, dass es mir schlecht wird. Und hier ist jetzt zum Beispiel eingestellt, dass ich mich nicht mit dem Teleportieren bewege, sondern wenn ich jetzt den Trigger an der linken Hand von dem Controller, von dem Vive-Controller drücke, dann bewege ich mich vorwärts. Und wenn ich den auch bewege nach rechts und links, dann bewegt sich auch mein Charakter in dieser Welt nach rechts und links. Es ist arg gewöhnlich bedürftig, muss ich jetzt gerade ehrlich zugeben, weil da wird einem doch ziemlich schnell schwindelig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber... Hallo, Fremder. Oh, ich habe eine Uhr in der Hand. Uh, ich weiß jetzt nicht, er guckt mich jetzt gerade, es kippt es kritisch an. Wahrscheinlich bringt er mich jetzt gleich um. Nein, also ich bewege mich jetzt mal weg von ihm. Ja, hier ist jetzt zwar was los, aber diese Art der Bewegung, die lässt mich doch ein bisschen spindelig werden. Boah, psalah. Schauen wir mal auf einen anderen Server, was da so los ist. So, ich habe jetzt mal eine neue Welt erstellt in Minecraft und die ist äußerst zerklüftet, also die entsprechende Option ausgewählt. Die beansprucht auch dementsprechend viel Rechenpower und das Schöne daran ist, es gibt viele hohe Berge und so weiter und wie zum Beispiel denen jetzt da oben. Und wir sind hier unten und ich drehe mich mal ein bisschen um. Was sehe ich so? Ja, was man so sieht, da unten wieder Schwein, eine Sau, da die Berge und unser Ziel ist es jetzt. Wir wollen ganz da nach oben und da müssen wir uns jetzt natürlich teleportieren. Da scheint mir jetzt hier der richtige Weg zu sein. Ich kann mich ja nicht einfach so nach oben zum Ziel teleportieren, sondern ich muss Schritt für Schritt gehen. Ja, und auf dem Weg machen wir uns jetzt mal. So, Zwischenhalbzeit mal. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind schon ein gutes Stück geklettert. Und hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Und wir wollen immer noch, ja, wo wollen wir eigentlich hin? Da oben hin, nee. Da oben hin. Egal. Das wird noch ein bisschen dauern. Wie kommt denn die Sau da oben hin? Na, wie fühlst du denn das? Unter hier. So, noch mal ein kleines Päuschen. Wir sind schon einen guten Schritt vorangekommen. Es ist nicht mehr weit. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was der schnellste Weg dann nach oben ist. Ich könnte natürlich auch ein bisschen was bauen, aber ich will jetzt mal nicht bauen, sondern ich will so darauf. Okay, da geht es ziemlich weit runter. Und wenn ihr jetzt die Brille selber aufhättet, dann würdet ihr auch ungefähr das spüren, was ich spüre. Ich, keinen Schritt vorwärts gehen, weil sonst, ich schaue wieder nach oben. Nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. So, jetzt bin ich an einer kleinen Sackgasse angekommen. Und zwar ohne Bau ging es jetzt hier erstmal nicht weiter nach oben. Ihr seht, es reicht einfach nicht. Aber, hier will ich nicht runterspringen. Ich gehe noch mal einen Schritt hoch. Man sieht, dass der Rechner jetzt so langsam auch an seine Grenzen gerät. Beziehungsweise die Weitsicht ist jetzt nicht mehr so weit nach unten. Aber es geht doch ziemlich weit nach unten. Soll ich mal springen? Einmal tief durchatmen. Mal gucken, was passiert. Nichts. Gut. Ich gehe mal auf dieses Prozess. Und springe jetzt mal runter. Also es ist eine Sicherung eingebaut. Anscheinend, dass ich hier nicht runterspringen kann. Das ist auch gut so. Es geht jetzt auch langsam. Es geht die Sonne unter. Zeit, jetzt mal den Clip zu beenden. Mit dieser schönen Aussicht. Ist doch schön, oder? Ja, das war meine kleine Reise in Minecraft VR. Also die VR-Variante von Minecraft. Es ist ein völlig anderes Spielerlebnis. Da würde man nur mit Maus und Tastatur vor dem Rechner hocken. Und da einfach ein paar Klötzchen bauen. Das, was man so macht in Minecraft. Man ist halt mit der VR-Brille wirklich mittendrin. Und kann selber auch in dieser Welt... Ja, man ist einfach in dieser Welt. Was ich jetzt ein bisschen umständlich finde, das Bauen und so weiter, das ist doch ein bisschen anstrengender, als wenn man halt schnell mit der Maus und Tastatur die Klicks und die Tastaturanschläge macht. Weil es ist natürlich auch mit einiges an Arbeit verbunden. Was ich aber schön finde, ist, wenn man eine Welt erstellt hat mit Maus und Tastatur in Minecraft, dass man die dann einfach später besuchen geht. Mit der VR-Variante. Und dann erlebt man diese Welt aus einem völlig neuen Blickwinkel. Wenn ihr noch mehr VR-Clips sehen möchtet, die wir erstellt haben, dann schaut euch doch einfach mal dieses Video hier an. Ansonsten, wie hat euch das Video gefallen? Wie gefällt euch VR an sich? Die Spiele, die wir euch vorstellen, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt wieder in die Minecraft-Welt.